Dann, kommen wir da hin? Okay, erst mal nach rechts, dann nach links. Und ein Liedchen, bitte. Ja, heute ist es vielleicht ein bisschen langweiliger, da sind wir sehr viel am Schiff fahren. Weniger Segel! Und einklappen, bitte. Mast legen! Und Kopfkopf, bitte. Mast hoch! Jetzt ist Englerland hier. Ist schon schön, ne? Auch cool, dass in meinem Dorf Schnee liegt. Hier nicht. Aber ist ja klar, so ist das ja damals gewesen. War da mit dem Schnee immer sehr punktuell. Okay, wir müssen gleich da sein. Schnellreiseziel ist jetzt auch nicht schlecht. Ah, da hinten ist ein Kloster. Segel! Können wir da mal als Segel machen. Zeit für ein Lied! Neues Gebiet, Oxnathor-Disk. Ich frag mich echt, wie das aussprechen konnte früher. So. Alles klar, seid ihr bereit? Wir setzen das später. Hoffentlich. hoffentlich fehlen wir nicht, wahr? Heute nähren wir die Raben! Ey, war das gut. Geh, ich habe das gefehlt. Hatte die Bope. Okay. Hey. Was? Das würde ich da jetzt rein. Hier da. Und weiter geht's. Hey, hey, ja, ho, ho. Lustig. Oh. Oh. Ich seh da was. Oh, komm. Ja. Ja. Parcours kann ich. Oh. 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 aber gut weiter klar Nein. Wow. Okay, okay. Tocke, Bruder. Ja, das ist ein bisschen schwieriger. Aber das machen wir nochmal. Die haben einiges mehr Damage, ne? Ich wette diese Priester haben ordentlich selber. So. Alle guten Dinge sind's. Kommt, meine Wölfe! Lassen wir's bei zwei, ne? Entdeck mir den Rücken! Wie ist los? Ich hab's wieder getrunken. Ja. Hä? Was ist hier los? Oh, Wolfsturbinen. Dann... ...habe dich... ...von der Schlange gerissen oder so? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Alles gut, Ava? Alles gut, Ava? Ja. Machen wir das nochmal. Ich glaube, das ist ganz beweglich hier oben halt. Und die unten einfach machen das. Solange es geht. Weil anscheinend, äh... ...nehmt ihnen ihr Gold! Und brennt den Rest nieder! Eins... Zwei... Da fällt er. Und weiter geht's! Und weiter geht's! Und eins... Zwei... 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 Oh, diese Speerträger, ne? Richtig... Richtig, ja. Ziele ist auch... ...schwierig. Was ist denn los? Was ist denn los? Ging aber grad besser? Ja, ja, jetzt hier wirklich. Hoppala. Wo bin ich gar nicht da. Was ist denn los? Hey, rutenza. aus der sicht so lange ich von hier oben die treffe so lange ich von hier oben die treffe Zeit zu verlassen und zu sabotieren und weiter zu flittern so lange ich von hier oben bin Ich glaub, dann geh ich doch mal da rüber. Alter. Hallo? Oh, das war so gut. So pulsieren wir jetzt noch. So. 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 dass sie wurde verriegelt ich muss auf die andere seite sie wurde wohl verriegelt das heißt hier irgendwo ist wieder ein Schlüssel da muss ich jetzt weil ich mich oben vorbeigeschlichen habe muss ich jetzt jedes einzelne jede einzelne Leiche angucken naja hilf mir mal komm du es danke aufrecht ach ja 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 ich brauche hier drüben Hilfe direkt beim ersten wunderbar und weiter geht's und weiter geht's sind sie ja oben in der Kirche aber wie komme ich da rein wie komme ich da rein da ist irgendwas ja 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 ich habe Platz ja 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 soll ich jetzt hier hochklettern und dann das verstehe ich nicht häh hä he 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 please explain Vorräte, gut. Ey, ich checke es nicht. Wie komme ich denn da jetzt? Also. Gut. Das war wohl nix. Ähm. Das ist nur das O. Muss ja hier. Hier irgendwo. Dieser Schlüssel sein. Ist ja gut. Bestimmt die Klagemauer gewesen. Das ist ja jetzt nicht so befriedigend. Die muss von der anderen Seite versperrt sein. Die musst du von der anderen Seite versperrt sein. Besser wäre, wenn du einen Schlüssel hättest. Warum hast du denn keinen Schlüssel? Mann, oh. Ah. Nein. 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 Komm schon. Du bist. Jetzt muss doch hier irgendwo der Schlüssel sein. Ist doch nicht. Dann klettern wir doch mal, oder? Vielleicht komme ich ja irgendwie von oben ein. Kletter aufs Dach. Ja, guck mal. Guck mal. Hätte ich ein bisschen früher geguckt, wäre ich vielleicht schneller schlau gewesen. Okay. Hier ist schon mal nichts, ne? Nur damit ich nichts falsch sehe. Dann kommen wir hier aufs Dach. Dann kommen wir hier aufs Dach. Sieht schlecht aus, oder? Weiter oben. Das gibt es doch nicht, aber... Nee. Nee. Tja. Not needy. Also, ich meine, dass man klettern soll, hat schon irgendwo Sinn gemacht. Hier hat sich alles darum gedreht, dass man hier durch die Gegend klettern kann, um die Leute von oben abzuschießen. Aber diesmal wurde mir auch nirgendwo angezeigt, dass hier irgendwo ein Schlüssel sein könnte. Hm. Da hinten war ich schon drin. Abteil des Heiligen Alman. Nicht des Heiligen Alman. Okay, der war sehr schlecht. Wow. Da wollte ich nicht hin. Ich verstand es euch ganz schön gut da drin. Wisst ihr das? Ob ich mich hier irgendwas übersehen. Alles gut, alles gut, meine Liebe. Ich muss keine Angst haben. Ich bin nur ein mörderischer Wikinger, der dir hinterherläuft. Alles gut. Hallo. Ich wollte nur wissen, wo der Schlüssel ist. Warte, da unten leuchtet irgendwas. Da unten im Boden. Was ist hier noch was? Aber ich seh da was. Ich seh da ein Pixel. Hat der Pixel was zu sagen? Nein. Entschuldigung. Ich suche einen Schlüssel. Hallo. Hey, alles gut. Ich will nur einen Schlüssel haben. Gebt mir doch bitte einen Schlüssel. Das ist hier noch eine Leiche zu buchen. Muss ich dir irgendwie in den Kopf schießen. Nein. Hat hier jemand einen Schlüssel gesehen? Ich glaube ich habe meinen Schlüssel verloren. Eigentlich bitte. Meinen Schlüssel. Ja. Nein. Wäre voll toll und so. Kein Schlüssel. Kein Schlüssel. Ich habe heute leider keinen Schlüssel für dich. Ey, das kann doch nicht sein, dass man jetzt hier nicht diesen dämlichen Schlüssel finden kann. Ja. Ja. Ernsthaft. Warum? Ja. Martin. Genau. Deswegen gibt es Schlüsseldienste. Weil irgendwelche Mönche sich zu kluge Verstecke für ihre Schlüssel auszusuchen haben, dass keiner sie finden kann. Nur weil ein paar Wikinger vorbeikommen, rennen alle Schrein weg. Oh. 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 Jetzt habe ich noch einmal hier komplett rum. Ob sie irgendwo ein Sneaky eingeht. Ja, ja. Ist gut. Hey. Hast du einen Schlüssel? Vielleicht ist er hier unter der Schale versteckt. Ja? So nicht unter die Fußmatte. Unter der Schale. Ja. Ist mir auch noch Spaß, wo sie seit logisch sind. Immer blicken wir das Land, Freundin. Eine Feuerschale. Hm. Also, da war ich drin. Da ist nichts. War ich da drin, oder? Ja. Das Ding hat nicht nur gut die richtige Weichweite. War ich da drin. Ja. Da warst die Tür auch auf. Ja. 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 Das Ding hat mir das. Ja. Ich kann das Grab da besuchen. Ja, und hier außerhalb ist der Schlüssel bestimmt nicht. Soll. Wenn das jetzt da der Schlüssel ist, ne? Dann fresse ich, glaube ich, ein Wesen. Du musst doch einer von den Schlüssel haben. Wahrscheinlich seit wann wir jetzt hier irgendein Geheimnis... Also ich kann hier natürlich auch noch mal hingehen. Wer soll sterben? Knock, knock. Clint, ich muss auf die andere Seite. Hallo. Ich sehe dich. Boah. Stressig. Aber wie ihr denn gesehen habt. Ja, irgendeinen Weg muss es geben. Auf jeden Fall. Ey, das sind immer so Momente, wo ich kurz davor bin, mir die Lösung zu ergoogeln, weil ich einfach kein Blast Schimmer habe, was ich hier noch tun soll. Ich gehe jetzt nach so den paar weißen Punkten hier. Warum schleichst du eigentlich? Ja, guck mal, da ist der eine. Ich gehe jetzt einmal dahin. Wenn mir das überhaupt nichts gebracht hat, dann... Ja, weil das ist doch viel zu weit weg für... Also... Das hat doch nichts mehr mit dem Raubzug zu tun. Also so gar nicht. Oder? Das ist hier in einem Lager. Ja, es hat den Baumzug abgebrochen, ne? Das ist ein schlechter Witz. Wenn ich das jetzt nochmal machen muss. Könnte mir jemand den Gefallen tun und mal Abteil des heiligen Almans googeln und sagen, wie man dir in diesen dämlichen Schlüssel kommt? Das ist ja... Dezent nervig. Ich drücke nochmal auf Plündern. Ich hoffe, dass ich nicht die ganze Arbeit, die ich jetzt gerade gemacht habe, noch... Zeig dir es den Schweinen! Ach, Ava. Du bist so übermütig immer. Dass ich die nochmal machen muss. Das wäre nämlich hart nervig. So. Hallo. Hier ist nichts anders. Cool. Aber hier war ich ja vor ein paar Sekunden und habe ja schon alle vernichtet. Dann würde ich wieder hier schon auf Kletterpacki? Da war ich mal ziehe. Weil, gemerkt, im Nahkampf bin ich echt bad. Aber da ist ja gar keiner mehr. Also... Ey, bitte nicht sieben. Wenn ich diese Mission siebenmal machen muss. Ich wollte auch nur das Juhlfest feiern. Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut. Was macht denn erst der da? Was macht denn erst der da? Äh... Warum ist der denn jetzt da? Ich glaube, ich werde gleich, äh... Ey. Udi. Udi. Sorry und so. Macht dir ja gar nichts. Naja, du bist ja auch... 160. Und ich bin Stufe... 32. Ja, helft mir. Macht ihn fertig. Ist das? Ist das? Ja, du bist ja auch... Boah. Ich bin echt nicht gut in die Saare zu kämpfen. Ähm, ja, ich würde sagen, das ist ja heute wohl nicht so gut gelaufen. Eventuell zu stark. Gestern hatte ich doch gegen... Ne, war das gestern? Nein. Vorgestern. Nein. Das erste Mal, als ich aufgenommen und gestreamt habe, da war ich gegen den Level-90-Loot. Der war schon. So krass. Jetzt dachte ich, ey komm, Level-90-Dorf hier kriegst du doch einen Cut. Jetzt gucke ich vorher, ob der noch da ist. Wenn der wieder da sein sollte, dann habe ich halt Pech. Das schaffe ich nie im Leben. Ah, hier sind auf jeden Fall wieder neue Bogenschützen. Aber hier sind wir eigentlich keine Spur von dem Ritter, ne? Ich gucke mal noch kurz auf der Karte. Mann. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Du bist jetzt hier, oder was? Ey, das ist der Kandal. unser hat sich wieder in luft aufgelöst gut dass ich mal eben kurz geguckt habe ich bekomme diesen schluss erst im laufe der hauptquest das heißt ich kann das noch gar nicht machen cool dann kann ich ja wieder zurückfahren weil das ist stufe 160 das ist stufe 90 das könnte ich vielleicht noch schaffen aber wahrscheinlich eher nicht ja sowas von meine güte brügel ich mich da mich durch zweimal wenn einmal vor dem riesen schlechter es habe ich den im einen in meiner sammlung weiß ich irgendwann der ist böse mach nicht diesen ja diese small indie company called ubisoft